Mein Name ist Jakob. Ich bin seit Oktober 2021 Mitglied des Klimaaktivismusbündnisses Letzte Generation. Meine Zimmermannslehre habe ich abgebrochen, um in den nächsten Jahren für unser Klima zu kämpfen, bevor es zu spät ist. Bei unseren Protestaktionen fixieren wir uns mit Klebstoff beispielsweise an Straßen oder Gemälde. Im November saß ich für 23 Tage in Präventivhaft im bayerischen Gefängnis. Die Idee mit dem Kleber ist eigentlich relativ alt. Es wird jetzt so sehr mit uns immer in Verbindung gebracht, aber es haben schon ganz viele lange Zeit vor uns gemacht. Es ist einfach eine sehr einfache, effektive Möglichkeit, diese Störung, die wir erzeugen wollen, zu verlängern. Können wir den Klimawandel noch stoppen? Ich habe zumindest noch ein bisschen Hoffnung. Also wenn wir auf die Wissenschaft hören, dann sagt uns die, dass wir noch zwei bis drei Jahre haben. Das ist extrem wenig Zeit. Wenn wir es nicht schaffen, dann steuern wir auf eine drei bis vier Grad heißere Welt zu, in der Hungerkatastrophen, Flutkatastrophen zur Normalität werden. Wieso zwei bis drei Jahre? Das Problem bei der Klimakatastrophe ist, dass wir Kipppunkte im System haben. Wenn wir bei denen einen bestimmten Punkt überschreiten, kommen die ins Rollen und lassen sich nicht mehr stoppen. Von diesen Punkten gibt es ganz viele. Die sind alle kurz davor erreicht zu werden. Einige wurden vielleicht schon erreicht. Connor interessiert. Ist euch bewusst, dass ihr zwar Aufmerksamkeit auf das Thema bringt, aber die Menschen eurer Protestaktionen ausschließlich als störend empfinden? Uns ist bewusst, dass zumindest der Großteil der Bevölkerung uns als Gruppe und vor allem unsere Protestformen ablehnt. Das war uns auch bewusst, bevor wir angefangen haben mit den Aktionen. Und unser erstes Ziel ist es auch nicht, beliebt zu sein. Fridays for Future hatte einen sehr, sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung, hat auch anderthalb Millionen Menschen fast an einem Tag auf die Straßen gebracht. Trotzdem wurde am gleichen Tag dieses Riesenprotests ein Klimaschutzpaket verabschiedet, von dem später das Verfassungsgericht gesagt hat, dass es gegen unsere Verfassung verstößt, weil es künftige Generationen nicht ausreichend schützt. Und gleichzeitig denke ich auch, nur weil Menschen sich dort in Berlin beispielsweise auf die Autobahn kleben und andere sich darüber aufregen, wird keine dieser Personen sich sagen, weil die mich nerven, bin ich jetzt nicht mehr dafür, dass meine Kinder in einer lebenswerten Welt leben können. Hinter dem Ziel können sich alle vereinigen und jetzt geht es nur darum, Maßnahmen umgesetzt zu bekommen. Bibi Wiebe interessiert. Wäre es nicht besser, die Entscheidungsträger zu blockieren, als die Menschen zu stören, die diesen Entscheidungen genauso ausgeliefert sind? Wir waren vor den Ministerien, wir waren im Regierungsviertel mit Millionen Menschen auf den Straßen, wir haben Kohlegruben besetzt, sind also zu den großen Konzernen gegangen, die wirklich was verändern könnten, die offensichtlich erstmal in erster Linie dafür verantwortlich sind, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Aber am großen politischen Kurs hat sich trotzdem nichts getan. Das liegt eben daran, dass der Protest, egal wie viele Menschen mitgemacht haben, jedes Mal ignoriert werden konnte. Hast du schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Ich habe einfach gerade nicht die Zeit, in eine Partei zu gehen und mich jahrelang vielleicht hochzuarbeiten, bis ich dann wirklich einen starken Einfluss nehmen kann. Bis ich in so einer Position wäre, ist einfach die ganze Sache gegessen. Und deswegen ist es für mich gerade keine Überlegung. Klopfer fragt, wie kannst du nachts gut schlafen, wenn einfache Bürger, die über die Runden kommen müssen, nicht zur Arbeit können? Mir tut es jedes Mal, und das meine ich wirklich ernst, leid, wenn ich Menschen in ihrem Alltag stören muss, wenn ich Menschen störe, die einfach nur zur Arbeit wollen, die Familienangehörige im Krankenhaus besuchen wollen. Und ich würde das gerne nicht tun. Da müssen wir am Ende einfach ein Stück weit abwägen. Ist es nicht vielleicht legitim, diese Störung des Alltags zu erzeugen, um diese riesige Katastrophe abzuwenden? Und ich komme am Ende zu dem Schluss, dass es legitim ist. Herr Hornbuckele möchte wissen, ist es ein vertretbares Risiko, Rettungskräfte aufzuhalten und so potenziell ernsthafte Schäden an unbeteiligten Personen zu verursachen? Deswegen hatten wir von Beginn an, und werden das auch immer beibehalten, Rettungsgassen bei unseren Blockaden. Das heißt, es sitzen Menschen auf der Straße, die nicht festgeklebt sind. Normalerweise an der Position, an der eh eine Rettungsgasse gebildet werden sollte. Die sind nicht festgeklebt, heißt, sie können jederzeit aufstehen. Und wenn ein Rettungswagen im Stau steht, ja, stehen die auf und der Verkehr kann durchfließen. Das ist auch immer wieder passiert. Und darauf werden wir auch in Zukunft immer weiter achten. Tom King möchte von dir wissen, wie gehst du damit um, dass sich jederzeit jemand beim Bremsweg verschätzen könnte? Es kann natürlich immer passieren, dass jemand die Nerven verliert und einfach sich entscheidet, über uns drüber zu fahren. Oder dass irgendwie doch mal noch ein paar Meter zwischen uns sind und jemand einfach auf uns draufhält. Das ist eine Möglichkeit, die real existiert. Und da lässt sich das Risiko für uns sicher nicht auf null reduzieren. Es ist wie bei allen anderen Konsequenzen, die wir in Kauf nehmen, dass es mir lieber ist, das in Kauf zu nehmen, als jetzt gerade nicht zu handeln. Vorunkel möchte von dir wissen, was genau fordert die letzte Generation? Aktuell stellen wir zwei ganz einfache Forderungen. Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie ein Tempolimit von 100 kmh auf deutschen Autobahnen einführt und das 9-Euro-Ticket wieder einführt. Damit ist die Klimakatastrophe natürlich noch nicht aufgehalten. Aber wir wollen der Regierung auch die Chance geben, auf unsere Forderungen eingehen zu können. Wir können jetzt keine riesen Forderungen stellen, die sich eh nicht umsetzen lassen. Deswegen fordern wir erste einfachste Schritte von der Regierung. Jakob, bist du Linksextremist? Ich glaube, was extremistisch ist, ist, was unsere Bundesregierung gerade tut. Wir steuern auf eine drei bis vier Grad heißere Welt zu. Auf eine Welt, in der dreieinhalb Milliarden Menschen in Zonen leben werden, in denen sie keine Landwirtschaft mehr betreiben können, einfach weil es zu heiß ist. Diese Menschen werden irgendwo hinwollen. Das heißt, es bringt nicht nur Hungersnöte und Flutkatastrophen mit, sondern massive soziale Verwerfungen. Und das, worauf wir zusteuern, ist bekannt. Die Ursachen dafür sind bekannt, nämlich in erster Linie die Emission von Treibhausgasen und mögliche Lösungen sind bekannt. Aber der politische Wille ist nicht da, um das umzusetzen. Das heißt, es werden gerade Milliarden Menschenleben gefährdet. Was wir machen, ist schon krass auch. Wir blockieren Straßen, wir blockieren Flughäfen und machen einiges anderes. Aber wir tun das nur, weil der normale Protest über die vergangenen Jahre nichts Ausreichendes gebracht hat. Hyper 10 möchte von dir wissen. Was sagst du zum Vergleich der letzten Generation mit der terroristischen Vereinigung RAF? Der Vergleich ist einfach völlig absurd, weil was die RAF getan hat, ist Menschen zu erschießen, Terror in Deutschland auszuüben. Wir setzen uns mit unseren Körpern auf Straßen, auf Flughäfen, wir setzen uns den Reaktionen der Gewalt aus. Wir geben nie Gewalt zurück und dabei werden wir immer bleiben. Henrik möchte von dir wissen, bei welchen Protestaktionen warst du schon dabei? Das Erste, was ich gemacht habe, war, dass wir in Frankfurt April letzten Jahres den Commerzbank Tower mit Öl besprüht haben. Also es war natürlich Fake-Öl. Ja, weil wir gesagt haben, wir machen da auf den fossilen Wahnsinn unserer Finanzindustrie aufmerksam. Ich habe dann Straßen mit blockiert. Ich habe meine Lebensmittel gerettet und dann verteilt und wurde dafür von der Polizei angezeigt. Ich habe Erdöl-Pipelines abgedreht, habe mich an die sextinische Madonna in Dresden geklebt, ein berühmtes Kunstwerk von Raphael. Was war für dich der eindrücklichste Protest? Das eindrücklichste war wahrscheinlich, als ich beim Bundesligaspiel Frankfurt gegen Wolfsburg aufs Fußballfeld gerannt bin und mich am Torforsten festmachen wollte. Es hat nicht ganz geklappt. Ich wurde vorher von Ordnern abgefangen und dann wurde ich entlassen aus der Polizeistation im Stadion, als gerade das Spiel vorbei war. Da wurde ich dann beleidigt und mit Bier beschüttet und das war einfach sehr unangenehm und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da wirklich heil aus der Situation rauskomme. Wie gehst du mit dem Hass um? Ja, es führt schon dazu, dass ich das regelmäßig hinterfrage, ob das sinnvoll ist, was wir gerade machen. Ich komme aber immer wieder zu dem Schluss, dass es sinnvoll ist und dass ich durch diesen Hass und all diese Konsequenzen einfach gerade durch muss. Jakob, du saßt in Bayern im Gefängnis in Präventivhaft. Wieso? Ich saß da, weil ich eine Straße blockiert habe. Ganz normal, wie wir es häufig machen. Zweimal am gleichen Tag. Also wir haben morgens eine Straße blockiert, wurden dann in Gewahrsam genommen, von der Polizei verhört, wurden entlassen und haben die gleiche Aktion am Abend wieder gemacht. Wir wurden dann wieder festgenommen und ich habe den Beamten ehrlich kommuniziert, was ich vorhabe. Weil das gehört auch immer dazu, wir sagen, was wir machen und wir machen, was wir sagen. Also sind einfach ehrlich in dem, was wir tun. Und ich habe denen gesagt, ich werde das immer wieder machen, weil ich das als notwendig erachte und weil wir es uns gerade nicht mehr erlauben können, ignoriert zu werden. Und in Bayern gibt es die Möglichkeit, Menschen bis zu 30 Tage präventiv in Gewahrsam zu nehmen. Präventivhaft ist in allen Bundesländern meines Wissens nach möglich, aber die Zeiten unterscheiden sich halt sehr stark. In Berlin sind es, glaube ich, maximal 48 Stunden und dort sind es 30 Tage. Kannst du den Moment deiner Einlieferung ins Gefängnis beschreiben? Ich hatte mich darauf eingestellt, dass das passieren könnte. Deswegen war es okay, aber es war schon sehr eindrücklich. Ich saß in einem Polizeiauto in einer kleinen Zelle, konnte aber vorne die Windschutzscheibe sehen. Und genau, irgendwann hat man erst mal aus der Ferne so die hohen Gefängnismauern sich aufbauen sehen. Und das Gefängnis in Bayern, wo wir waren, ist auch ein sehr großes. Also es war einfach ein riesiger einschüchternder Komplex. Und dann ist man vor ein Tor gefahren, was sich einfach so langsam geöffnet hat. Und man ist da reingefahren. Das war schon ein krasses Gefühl. Also es gab ja die Tür, an der es nicht mal mehr einen Türknauf gab. Es gab unter der Decke so ein dünnes Fenster, ein Bett, einen Stuhl und einen Schrank. Und da war ich dann 23 Stunden am Tag drin die ersten Wochen. Das war ganz schön beklemmend. Ich bin trotzdem ganz gut durch die Zeit gekommen, weil ich viele Briefe bekommen habe, die ich gelesen habe und beantwortet habe. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Aber danach habe ich ja wirklich gemerkt, und das merke ich auch bis heute noch, dass es einfach eine sehr beklemmende Situation ist und man einfach da unbedingt raus will. Und gleichzeitig klar ist, du hast keine Chance, daraus zu kommen. Dimitri Buriak möchte da wissen, gibt es Leute, die wieder aussteigen und sagen, das ist doch nichts für sie? Immer wieder auch Menschen, die ausbrennen, die das einfach nicht aushalten, sich 24 Stunden am Tag mehr oder weniger mit dieser Katastrophe zu beschäftigen und auch sich diesem Hass auszusetzen, den rechtlichen Konsequenzen. Jetzt gerade wird gegen uns ermittelt, weil wir eine kriminelle Vereinigung sein sollen. Da reicht es dann quasi schon, Mitglied zu sein. Ela S. möchte von dir wissen, wie sieht ein Tag eines Klimaklebers aus? Ich habe am Anfang erst in Unterstützungsstrukturen gearbeitet. Das heißt, vor allem ganz viel in Telefonkonferenzen gehangen von morgens bis abends und versucht, Dinge zu organisieren, wie Unterkünfte, wie Kleber einzukaufen, wie Warnwesten einzukaufen, zur Polizeistation zu fahren und Menschen willkommen zu weisen, die gerade aus dem Gewahrsam entlassen werden. Aktuell ist es bei mir persönlich so, dass ich viel mit der Presse spreche, also Interviews gebe oder sowas wie hier jetzt mache, aber eben auch immer wieder Straßen blockiere. Es ist also total vielfältig und ich kann bei bestem Willen echt nicht sagen, es gibt diesen einen typischen Tag, sondern es ist die ganze Zeit immer wieder was Neues. Otopon möchte wissen, wo kaufst du den Klebstoff? Das verrate ich nicht. Ist es ein besonderer Klebstoff? Ne, das ist ganz normaler Sekundenkleber, den man ja überall im Handel bekommt. Zapatero interessiert da. Wie kriegt man den Kleber wieder ab? Die Polizei löst uns normalerweise mit Speiseöl oder aber auch mit Aceton. Das ist beides kleberlöslich. Dadurch lässt er sich leichter von der Straße lösen. Der wirkt dann ein bisschen ein auf die Hand und dann wird er vorsichtig mit einem Pinsel oder einem Spachtel drunter gegangen und dann so Stück für Stück die Hand abgelöst. Vereinzelt ist es auch schon vorgekommen, dass bei Menschen, die besonders festgeklebt haben und es nicht so gut ging, wurde dann Skalpell benutzt, was ja schon teilweise recht unschön war, weil es einfach zu blutigen Händen und Verletzungen geführt hat. Pitti Pablo fragt, solltest du als Umweltschützer nicht lieber Bäume pflanzen und das Meer sauber halten, als sich an die Straße zu kleben? Wir brauchen jetzt wirklich große politische Veränderungen und dafür müssen wir eben PolitikerInnen haben, die die großen Hebel auch in Bewegung setzen. Und solange sie dazu nicht bereit sind, werden uns all diese kleinen Dinge, die wir individuell gerade tun könnten, wie Bäume pflanzen, wie weniger Plastik verbrauchen oder so, werden nicht den entscheidenden Einfluss haben. Natürlich ist es löblich, aber wir brauchen vor allem die großen Veränderungen. Das ist das, worum es geht. Und dafür müssen wir einen Druck erzeugen, eine Störung erzeugen. Das ist zumindest die Idee, die wir verfolgen, die nicht ignoriert werden kann. Ein Protest, der nicht ignoriert werden kann. Patrick Conte möchte von dir wissen, wie organisiert ihr euch? Mittlerweile gehört sehr, sehr viel unterschiedliche Arbeit dazu. Also es gibt natürlich die Menschen, die auf der Straße sind, das was vor allem medial bekannt ist. Aber es gibt Aufgaben wie mit der Presse zu sprechen, im Social Media Team zu arbeiten, Unterkünfte zu organisieren für die Menschen, die nach Berlin beispielsweise fahren. Menschen, die zusammen kochen und das für alle zur Verfügung stellen. Hansi interessiert, wie finanzierst du den Kampf gegen den Klimawandel ohne Job? Ich persönlich mache es mittlerweile so, dass ich mich durch Spenden finanzieren kann. Wir haben ganz viele Menschen, die sagen, ich finde es gut, was ihr macht, aber ich kann das nicht machen aus diversen Gründen, weil ich Kinder habe, weil ich meinen Job nicht aufgeben kann. Aber ich habe Geld und kann euch dadurch unterstützen. Von den Spenden kann ich mittlerweile leben, das ist nicht viel. Davon kann ich meine Miete und mein Essen bezahlen und meine Zugtickets. Da kann ich jetzt nichts bei sparen, aber ich habe eh keinen besonders luxuriösen Lebensstil, sage ich mal. Von daher reicht das für mich so aus. DSTN fragt, in welcher Höhe bezieht ihr Spenden? Das weiß ich gar nicht, ob ich das selbst gerade genau beziffern kann. Es gibt auf unserer Website letztegenerationen.de einen Spendenbalken, wo man das immer verfolgen kann. Ich glaube, da haben wir letztens auf jeden Fall schon mal die 500.000 Euro geknackt. Aber das müsste ich jetzt selbst nochmal nachschauen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir erfreulich viele Spenden bekommen. Aber es ist auch notwendig, weil das, was wir machen, am Ende einfach auch Geld kostet, wenn Menschen nach Berlin kommen, Unterkünfte brauchen und all die Logistik, die dafür notwendig ist. Das ist gar nicht so günstig, wie es vielleicht auf den ersten Blick immer scheint. Hinsum fragt sich, habt ihr durch eure Proteste schon mal etwas erreicht? Jetzt gerade in den letzten Tagen gab es die Nachricht, dass Cem Özdemir, unser Landwirtschaftsminister, sich dafür einsetzen möchte, dass Menschen, die noch genießbare Lebensmittel, die die Supermärkte einfach in den Müll werfen, Menschen, die diese retten, nicht mehr kriminalisiert werden dürfen. Die Forderung nach einem Essen-Retten-Gesetz, wo das Teil davon war, war die erste Forderung, mit der wir unseren Protest begonnen haben. Wir haben im Sommer von der Bundesregierung gefordert, dass sie die Suche nach neuem Öl in der Nordsee im Wattenmeer einstellt. Auch dem Vorhaben hat sie inzwischen eine Absage erteilt, die Verantwortung aber an die Bundesländer weiter delegiert. Das heißt, es gab erste kleine Erfolge. Es gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass auf unsere aktuellen Forderungen beispielsweise nach wie vor nicht eingegangen wurde. Big B Blocksbeck interessiert. Fühlt ihr euch und eure Bewegung in den Medien korrekt dargestellt? Es wird, wie gesagt, viel dieser RAF-Vergleich gezogen oder dass wir irgendwie chaoten Extremisten wären. Aber ich glaube, was es schon gibt, ist, dass wir einen Wandel sehen innerhalb der letzten Monate. Dass Menschen sagen, ja, das, was sie machen, ist krass. Aber sollten wir nicht vielleicht mal, gerade wenn die auch bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, wenn die immer mit Gesicht zu all dem stehen, was sie tun, sollten wir dann nicht auch mal hinterfragen, warum sie das eigentlich machen. Die Entitutschule möchte wissen, wie stellst du dir deine berufliche Zukunft vor? Ich habe meine Zimmermannslehre geliebt. Ich habe das super gerne gemacht. Wenn es unseren Protest nicht mehr braucht, wenn wir was erreicht haben, dass ich das einfach wieder aufnehme. Sonst mal schauen, wohin die Reise mich führt. Das ist, wie gesagt, für mich einfach gerade nicht relevant, weil gerade ist der komplette Fokus darauf, jetzt was zu erreichen. Und alles andere schaue ich dann später. Meine Familie hat am Anfang das sehr, sehr kritisch gesehen, was ich mache. Einmal aus den Gründen, die häufig genannt werden, dass wir die Leute doch gegen uns aufbringen, dass das nicht zum Ziel führen wird. Aber auch einfach aus einer persönlichen Sicht, dass sie sich Sorgen um mich machen. Denen wäre es lieber, wenn ich irgendwie meine Lehre abgeschlossen hätte. Mittlerweile gibt es zumindest auch mehr positive Äußerungen. Dass sie wirklich stolz auf mich sind, weiß ich gar nicht. Da müsste ich sie, glaube ich, selbst fragen. Momo möchte jetzt wissen, was müsste konkret passieren, damit du nicht mehr protestierst? Das ist ganz einfach eigentlich. Auf unsere beiden Forderungen müsste eingegangen werden. Sobald die Regierung ein Tempolimit von 100 km h auf deutschen Autobahnen beispielsweise einführt, haben wir von Anfang an gesagt, dass wir unseren Protest sofort unterbrechen würden. Und dazu stehen wir mit unserem Wort. Milka Oka möchte wissen, hast du Hoffnung? Es gibt schon viele Momente, wo ich auch keine oder sehr wenig Hoffnung habe. Und ich habe immer ein bisschen Scheu, das auch öffentlich zu sagen, aber mache es trotzdem, weil ich Menschen natürlich auch motivieren möchte, sich uns anzuschließen und selbst zu schauen. Was kann ich jetzt in diese verbleibende Zeit irgendwie noch reingeben, damit wir uns eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft bewahren? Aber selbst wenn die Chance 0,1 Prozent ist, dann müssen wir da jetzt einfach alles reingeben, weil alles, was wir lieben, auf dem Spiel steht. Und deswegen bin ich so ein bisschen oft über diesen Punkt, mich zu fragen, ob ich noch Hoffnung habe, eigentlich hinaus, sondern ich versuche einfach das, worin ich gerade die größte Aussicht auf Erfolg sehe. Und ob es dann wirklich was gebracht hat, werden wir dann einfach irgendwann sehen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert hier den Kanal. Und wenn euch interessiert, warum Maurice der Überzeugung ist, dass wir mit unserem westlichen Naturverständnis nur noch wenig Mensch sind, dann klickt hier.